servus grüßtig servus hier ist andreas birka der bewirker schön dass du da bist und das letzte mal hat das thema ziele und da gibt es aber noch einen wichtigen part für den zielen dazu nämlich hinter dem ziel das warum herauszufinden warum du das überhaupt machst oder möchtest es gibt eine gefahr dass dein ziel gar nicht der ziel ist dass du das übernommen hast von deinen eltern vielleicht weil die das immer wollten ja sagen wir mal ganz was überspitztes ja da gibt es dann so werte wie vielleicht das eigenheim ist wichtig haus bauen und so weiter und in wirklichkeit ist so hinter dem hinterkopf ich möchte freiheit die möchte welt bereisen mir ist das gar nicht so wichtig und hast dann aber unbewusst zu zielen übernommen und arbeit daraufhin dir ein eigenheim vielleicht zu schaffen und da wird es dann aber sehr sehr schwierig weil du wirst unbewusst widerstände erleben und es wird nicht so gut funktionieren weil der warum dahinter oder das ziel gar nicht passt zu dir ja aber du glaubst das im ersten moment daher wenn du ein ziel hast stell dir die frage oder lass dich jemand anderen die frage stellen warum willst du dieses ziel da darf man das warum bewusst verwenden ansonsten soll man es ja nicht verwenden in der klassischen kommunikation im coaching oder training bereich aber hier ist es ganz gezielt eingesetzt wenn ich als provokation damit du dir zu dem ziel rechtfertigt und übrigens ein beispiel von einer klientin von mir mal die hat mir mitgeteilt sie kauft sich ein pferd ein fohlen die klientin gut gekannt und ja das ist ihr ziel sie wieder hinsparen sie will ganz ein bestimmtes pferd dann und so weiter und so fort und ja ich habe sie gefragt warum willst du dieses pferd ja dann hat sie halt argumentiert und hat gesagt ja aus dem grund und dem grund und dem grund und dem grund und ich habe dann wieder gesagt ja warum der grund und der grund und der grund und dann hat sie wieder argumentiert dann habe ich noch einmal gefragt ja okay du bist das das und das und so und so und so warum willst du das so und so und so und so und so hat sie wieder argumentiert dann haben wir gesehen okay das ist wirklich ihr sie wird es ganz vom herzen her sie möchte hat einfach riesenfreude damit sie tut erzüchten und möchte etwas aufbauen und so weiter und das Das alles ist auch gelungen, das ist so 2-3 Jahre her, das ist alles entstanden, sie hat alle Ziele erreicht, die sie einmal aufgeschwimmen hat und haben sich da eine Zeit lang auch begleitet und war tolle Zeit und fantastisch, was alles möglich ist, aber eben dieses warum sollte auch stimmen, warum mag ich das, warum will ich das haben überhaupt, weil es kommen Hindernisse, es wird dir nicht immer gut gehen. Du wirst manchmal denken, ich mag nicht mehr, es ist anstrengend, es ist mühsam, mir kommt vor, da passiert nichts, da geht nichts weiter und wenn du dann dein Warum hast, dann zieht das. Ich kann euch gerne von meinem Warum erzählen, warum ich viele Sachen mache und weiterentwickele ständig und auch meinen geschäftlichen Bereich immer weiterentwickele, habe das ganz intensiv macht mit dieser Warum-Frage und das Ergebnis war Freiheit und das deckt sie mit meinen Werten, mein höchster Wert ist Freiheit und ich mache sehr viele Dinge einfach, damit ich selbst gestalten kann, damit ich selbst mein berufliches Leben bestimmen kann, die Richtung bestimmen kann, die Ergebnisse mitbestimmen kann und auch dort teilweise leben kann, was mir gefällt und von dort aus auch arbeiten kann. Das ist mir extremst wichtig und das ist mein größtes Warum hinter all mein Du. Okay, also viel Spaß damit, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn Fragen sind, bitte unten hinschreiben oder wenn du Ideen hast oder selbst schon lebendige Erfahrungen haben, freuen wir uns und auch über ein Like, Daumen hoch und als meisten freuen wir uns, wenn du ein Abo sozusagen nimmst vom Kanal, damit du ja kein Video weiterhin versäumst. Alles Liebe. 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 Alles Liebe.